Hallo YouTube, heute ein neues Projekt von mir und zwar AMA3 Economy World. Was ist Economy World? Ganz einfach, Economy World ist ein neuer Mod, den es noch nicht gibt. Und wir werden ihn gemeinsam erstellen. Wie machen wir das? Ich werde mit diesem Video beginnend Videos posten auf YouTube und ihr könnt sie kommentieren. Ihr schreibt mir da rein, welche Funktion wo, wie und was können soll und was das Spiel beinhalten soll. Es gibt ein grobes Konzept, was ich so im Kopf habe und ich hoffe, dass ich das damit mit den Kommentaren, die ihr bringt, vereinbaren kann und werde das zum Besten umsetzen. Alle, die keine Kommentare schreiben, können aber gerne die Kommentare bewerten. Das heißt, ihr könnt dann bei einem Kommentar Daumen hoch, Daumen runter geben und sagen, ja, das wollen wir drin haben, nein, das wollen wir überhaupt nicht. Und je nachdem, was dann da gevotet wurde und ob es umsatzbar ist und ob es auch in das grobe Konzept passt, werde ich das dann anpassen. Ich werde es live programmieren, so wie gut ich kann, auf LiveCodingTV, den Link in der Beschreibung. Und werde dann noch einen kleinen Server mieten bei Banitrado, erstmal mit 10 Slots, da werde ich dann die aktuelle Mod draufpacken mit den aktuellen Inhalten, die fertig sind. Werde darauf auch neue Videos machen, hoffe ich, dass ihr kommentiert, damit wir das Spiel mit Inhalt befüllen können, relativ schnell und zeitnah. So, dass wir einen Haufen Spaß haben werden beim Spielen, beim Erstellen, beim Testen, beim Ausprobieren. Und das war es auch schon. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich hoffe, ihr kommentiert jetzt schon das Video und sagt, hey, ja, macht Screenshots, schreibt die Koordinaten in das Kommentar. Könnt ihr auch kleine Videos machen, wo ihr das gerne hättet. Lasst es mir alles in den Kommentaren zukommen. Lasst es bewerten von den restlichen Zuschauern. Und dann werden wir das Ganze umsetzen und gemeinsam spielen. Also ich hoffe, bleibt dran, abonniert den Kanal und wir sehen uns.